In Bima, Benzobolo, fahren wir in Barcelona, YOLO, ein Türke, ein Deutscher und ein Grieche, Istanbul, Ankara und ein Mersin, Rote durch sechs Länder reisen, essen zu günstigen Preisen, wir fahren mit dem Wagen viel zu schnell, wenn wir auch dauchen, Jokuzel, neue Wege sind voll der Shit, also mach mal besser Platz, ich dich geht. Freunde, hier, den Bunjo, den verfolge ich, Wallah, Billah, Bruder, ich verfolge dich, seit ich sie bei Salo gesehen habe, wo du mit Farid Banks Auto gefahren bist, hast du den von Farid Banks gekauft? Nein, ich habe den von Farid Banks gekauft, der war von Farid der Magier. Ja, Karre war brutal, ich habe das erste Video von euch, du hast das Video gemacht, ne? Wallah, ich habe dich als Typ gefeiert, küsst deinen Herd, ich freue mich, ich habe mich voll gelabert. Nimm Bunjo mit. Ja, ich habe Bunjo. Jetzt bin ich nie mitgenommen. Ich habe gesagt, nimm, aber er war doch niemals bei mir, ey, er war doch nie bei mir. Oder der ist auch das erste Mal bei mir. Aber im Urlaub, was habe ich gesagt? Ich mag den Bunjo, Bruder, Wallah, küsst dein Herz. Ja, ihr habt gesprochen, dass ihr schon mal irgendwie in Dubai was machen wolltet, ne? Tui wollte mir eine Überraschung machen, Wallah, küsst dein Herz, Bunjo hat gesagt, kommt her, gerne, ich besuche. Bei mir zu Hause habe ich gesagt, so was. Wallah, Billah, also ich habe gesagt, küsst dein Herz, aber ich habe das abgesagt, wollte nicht. Aber da kommt ja auch hier wieder Kameramann, oh nee, Alter, ja, der Leon Moody hier, ne? So, ich breche mal ab, damit er hier seine Aufnahmen macht. Oder macht er gar nichts? Nein. Du weißt, Alter, ich verfolge dich, wie lange machst du in YouTube? Seit ein Jahr? Ja, über ein Jahr knapp. Aber ich kenne dich natürlich Tick vorher, du hast ja mit Salo viele Videos gemacht, ja? Ich habe dich hier bei Salo auf dem Kanal gesehen, ich denke, ich sage, geiler, sympathischer Kerl, ich sage, warum macht der Typ kein YouTube? Und dann hast du den M3 von ihm gekauft. Ja, 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 das war so, boom. Ja, geiles Auto. Ich weiß doch, dein erstes Video, wo du die Felgen lackiert hast, Bruder. Welches Auto? In der Halle, den M3, ja? Ja, ja, stimmt. Da hast du gesagt, dann hast du ein paar Teile für das Auto gekauft, dann hast du angefangen, dein erstes Video, die Felgen lackiert oder Felgen geholt für das Ding. Felgen, nee, das waren die gleichen, ich habe die nur... Selber in der Halle lackiert? Nee, ich habe da die Bremsen selber lackiert. Ah, genau, ne? Die Bremsen zahlen genommen. Aber Auto war brutal. Boah, ne, Traumwagen. Wird nicht geil, also... Traumwagen. Power, Leistung, was hat er gehabt? 6x PS, 6x40 PS oder so. Auf Kompressor, für Infinitas. Aber hat er gut gehalten, Digga, muss ich jetzt mal so tragen. Heftig. Bei 50 Grad Außentemperatur, ne? In Dubai. Ich hatte alle so auf Temperaturen, 70 Grad, ich habe mal einen Spielshop gemacht. Ja, Digga, ich wollte auch den Kunden, also den Leuten auch nochmal sagen, du bist ja ausgewandert, ne? Nach Dubai. Erzähl mal, Dubai, ist schwer, Bruder. Ist schwer auf jeden Fall und ist nicht das, was man sich vorstellt, leider. Im Video sieht natürlich alles so geil aus hier. Ist alles geil, hi, 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 ne? Aber so in unserer Branche, so mit Autohandel ist es sehr schwer. Ja, ne? Auf jeden Fall. Klar, du bist da, guck mal, wir sind hier in Deutschland, Digga, wir kennen hier, was abgeht, weil wir kennen die Kreise. Du kommst zurück, weißt du, du kennst das ganze Neuro-Gesche-Zinn, da, 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 hast dein ganzes Umfeld am Start, weißt du, ich meine, ist halt, ist anders. Ja. Ist anders. Du hast deine Erfahrung gemacht, wie lange hast du in Dubai? Über ein Jahr. Ein Jahr und, ich glaube, ein Monat. Über ein Jahr. Aber du hast keine Familie da, Bruder, weißt du, also, das, also, das, also. Nicht, was dich festhält, weißt du, ich meine. Ja, du hast probiert, die hast gegeben, aber hast gemerkt, ist es nicht das Wahre, ne? Passt nicht. Also, Dubai ist schwer, muss man überlegen, oder? Auf jeden Fall, muss man überlegen und viel Geld im Ding. Was ist los, Salo, ich mach ein Interview hier mit, äh, ja, ich, äh, du, er ist der Star hier bei mir. Ich will nicht hören, sorry, ich will nicht hören. Ich kenne ja, ich, ich wollte gerne mit ihm ein Interview machen, wie sein Werdegang war, weißt du, und jetzt hat er mit dir begonnen. Wenn ich 50 Euro hier lasse, darf ich mich sitzen, oder? Hau dich hin erst mal. Komm her. Und dann, Digga, du weißt ja wirklich, ich hab dich ja, ich hab dich wirklich durch Salo entdeckt, ne? Ich hab gesagt, was für ein cooler Typ, ihr habt zusammen ein, zwei Videos gedreht, da hast du kein YouTube gemacht. Salo hat ja mit ihm ein paar Videos gedreht und ich hab dich gefeiert als Typ und ich hab gesagt, der Typ muss YouTube machen. Bam, sehe ich natürlich nach ein paar Wochen, wallah, der macht YouTube, Digga, ne? Weißt du, was ich auch gefeiert habe? Er hat ihn, glaube ich, von Farid Beng. Ja? Ja, weißt du, von Farid Beng. Der war von Farid Zauber. Achso. Ja, aber gut. Digga, was hat die Karri gekostet nochmal? Was hast du ihm weggegeben? Was war im Wert das Ding? Ich hab ihn verkauft, glaube ich, weiß ich, was ich sagen darf. Nein, ist so egal, musst du jetzt nicht sagen, musst du dir nicht sagen. Was war die Karri wert? Kohletechnisch. Nagelneu? Nein, so allgemein, so Markberg. 130,550. Okay. Wollah, gab's einen, der da auch so gesagt hat, ich will den haben, der war ja gebraucht, ne? Der war gebraucht. Aber hat auch nicht viel gelaufen? Der hatte knapp 70.000 gelaufen. Okay, ist nicht viel, Digga. Der war krass. Der war brutal. Der Euro am Preis war ja 340.000. Aber, Digga, du als Händler, hat dir das nicht wehgetan zu sagen, ich investiere jetzt so viel Geld in so ein Auto, Digga? Bruder, das war einfach Risk. Weil, es ist ja Risiko, das ist auch ein Auto. Also, no risk, no fun. Hättest du das gekauft? Nein. Er wollte einmal. Ich hatte ja auch. Er kauft doch schon, wieso kranke Autos immer? Er wollte, er war einmal dabei, dann ist er abgespult. Okay. Weil, der Preis hat nicht ganz so gepasst. Ja. Und dann hab ich lieber gesagt, das ging ich immer zu großartig. Naja, du hast ja auch mal ein krankes Auto gekauft, Digga, diesen BMW, hab ich auch gefeiert, das Cabrio 6er. Ja, das war mit einer, also, Fehlkäufe war der unter Top, Top 3, glaube ich. War ein Fehlkauf. Aber brutale Optik, Digga, wirklich. Du bist doch mit der Karre zu Bunjo gefahren auf den Hof, oder? Ja, dann haben wir Mansoli gedreht. Genau, ich fand die Karre auch brutal. Farbe war ein bisschen eklig, natürlich. Nein, war der brutal. Wirklich? Nein, war einfach anders. Die Farbe war leicht Top. Aber natürlich für den Handel gar nichts. Ja, geht nicht. Dann kauft keiner so ein Auto. Aber du hast doch getauscht, gemacht, getan, irgendwie viel gedreht mit dem Ding, ne? Ja, ich hab irgendwie, hab ich getauscht, gewendet, keine Ahnung. Halt, viel Arbeit für wenig Geld, Bruder. Ja, richtig. Hättest du da einen anderen Deal gemacht, wäre angenehmer, ne? 100 Prozent. Hätt er den Mansoli gekauft, hätte er 60, 70 Euro fließen. Wollte er nicht haben, ne? Nein. Ich freu mich wieder, du bist ja wieder, Videos laufen, irgendwie hab ich wieder nichts gesehen von dir, hast du irgendwas gemacht? Nee, ich hab zu mir gemacht, aber ich hab nichts gemacht. Hast du komplett Pause gemacht? Ja, und davor, ich muss mich halt zusammenraufen, ne? Ja, du musst erst mal hier mal dein Leben wieder reinkriegen, du suchst wieder ein neues Objekt aktuell. Am besten eine Halle oder ein Autos. Halle ist natürlich schön, so wie natürlich hier Salo. Ein politischer Traum. Ja, so ein Ding, Objekt ist schon geil, da kannst du auch cool hochwertige Autos reinpacken, auch geschlossen haben, ne? Und ja, wer was hört hier, guck mal hier, Bunce sucht eine Halle, Digga, guck mal einfach mal rein, wer was hat. Ja, Digga, ich freu mich, dass du hier zu Besuch bist, wirklich eine Ehre, weil ich hab zu Salo auch gesagt, bitte nimm den Bunce bitte mit, du hast Zeit gehabt, ich freu mich richtig, dass ihr hier seid. Dankeschön. Wir bringen mal einen schönen Nachmittag hier zusammen, dein Auto wird vielleicht fertig, Digga, und wirklich Ehre, dann sagen wir mal, wir gehen rein, gucken mal weiter, ne? Bunce, Digga, du als gebürtiger Albaner, du musst doch sowas feiern hier, komm. Ja, die rote Essläße, Digga. Ah, normal. Oder nicht, das ist doch wirklich dein Style. Wo sind die albanischen Flaggen? Wallah, es ist dein Style. Wo sind die albanischen Flaggen, ehrlich jetzt? Oder nicht? Alles schwarz-rot. Hä? Alles schwarz-rot, wo sind meine Albaner? Wo sind meine Albaner? Aber komm, Digga. Hä? Wollen wir was sagen? Absolut geil. Alt, aber trotzdem, es ist wirklich ein Auto. Ganz ehrlich, der Unterschied zu dem und dem ist Maximum. Ich finde, einer der schönsten S-Klassen. Das ist wirklich einer der schönsten S-Klassen. Preis, Leistung. Kannst nichts falsch machen. Brutal, oder nicht? Gleich den Backen, alles top. 63er, Lukas, reingemacht. Was hast du für eine Maschine drunter? Äh, 500er da. 500er ist das sogar? Ja. Ist das ohne Biturbo, ne? Nein, nein, der Sauger. Ganz normal, reicht völlig zum Cruzen, Digga. Genau so, und reicht L-Vision, Bruder. Mega. Kann man fahren, oder nicht? Ja. Bam, bam, bam. Chauffeurspaket. Kann man fahren, kann man leben, oder nicht? Kannst du gar nichts falsch machen. Ich feier die Karre einfach. Es ist alt, aber wirklich, du fährst irgendwo an, Digga. Wollen wir mal sagen, die Felgen, die waren ja vorher drauf von dem alten hier, ne? Ja. Hab ich gar nicht gefällt. Überhaupt nicht, überhaupt nicht, Digga. Ich find die Felgen mega, ne? Nichts dagegen haben, oder was. Mega Felgen. Aber die passen auch nicht auf das Modell. Aber nicht auf den Wagen. Weißt du, was ich meine? Vielleicht, wenn er schwarz gewesen wäre, vielleicht. Ja, ich hab das Lenkrad ja von dem anderen geklaut. Ich lass ihn noch einmal hier, äh, einmal rüber verlieren, weißt du? Ja, schwarzglanz würde ich machen. Ja, irgend so was. Weißt du, dann passt das auch mit dem Dings hier zusammen, ne? Ich würde das eiskalt schwarzglanz machen. Hab ich mal bei meinem Siebeler gemacht. Ich hatte das gleiche Problem. Ja. Schwarzglanz, ganz andere Optik, automatisch andere Optik. Wie gesagt, ich mag diese alte S-Klasse. Ich weiß nicht warum. Ich hab keine Ahnung, ne? Es ist alt, aber ich fahr damit gerne rum. Display und so, schon damals. Brutal, Digga. Einer der schönsten S-Klassen, oder nicht? Muss man sagen. Für Felgen, alles passt. 63er Look. Top. Wirklich. Hat er auch Dyskradik? Ne, hat er nicht. Fake. Egal, sieht gut aus. Aber ich fahr damit gerne rum, Digga. Und die rote Farbe, das gibt ihm nochmal wirklich diesen Kick, ne? Ich hab noch nie einen S-Klasse in der Farbe gesehen. Ja, ganz selten. Hast du die selber lackiert in der Farbe? Nein, das Auto wurde auch mal irgendwo lackiert in Rot. Aber Basisfarbe war bestimmt Silber oder so? Basisfarbe ist Silber, Bruder. Brau. Basis war Silber, der war Rot von außen, lackiert innen nicht. Deswegen war ich letztes Jahr in der Türkei damit. Hast du ihn dann komplett? Ich hab ihn komplett alles tendenziell legt. Hast du ihn dann mal gegeben, komplett? Ja, ist Originalfarbe vom CLK, Jupiter Rot. Ah. Finde ich geil, oder nicht? Coole Karre. Wirklich. Der Fan, oder? Übertrieben. Einfach bei Kosten-Nutzen-Faktor, weißt du? Du kaufst so ein Auto für 1, 2, 3, 4 Euro. Aber Digi, guck mal, der sieht ja schon brachial aus in Rot. Der sieht jetzt schon gut aus. In Silber, als Formob sieht der schon wieder scheiße aus. Ja. Du meinst den Roten jetzt? Ja, ich mein das Modellmäßig jetzt hier. Dein und mein Modell. Zweite Schöne-Welten. In ganz andere Welten, oder nicht? Der Sprung, ne? Ist schon krass. Von dem Modell her zu dem, ganz anders. Unglaublich, oder nicht? Bakt den Backen vorne hin. Aber deiner sieht natürlich jetzt wirklich, den hätte ich jetzt auch gefahren, weil nach dem Umbau. Nach dem Umbau kann man das auf jeden Fall machen, oder nicht? Hast du das auch gesehen, die Rote? Ja, hier. Ja, hast du auch noch nie gesehen, ne? Erstmal live, ja. Aber das ist doch hier richtig hier, Dings hier, ne? Was hast du da nochmal? Albaner, oder? Mit Rot ist schon... Ob Türkei oder Albanisch ist es selbe. Ja, ist das Gleiche, ist das Gleiche. Nur wegen rote Farbe, meinst du? Aber hier ist Rot-Schwarz, ne? Ja, ich hab die Karte, wie gesagt, seit 5 Jahren und ich feier das Ding einfach selber, ne? Ich schoß dir jetzt C-Säule, so Albanische Adler, perfekt. Bala, du hättest es gemacht, Abuncio. Bala, du hättest es gemacht, Digi, ne? Ja, und wie ist es hier, den so Superstars hier zu sein, Alter, ne? 65 Jahre alt. Du bist doch Superstars. Ich hab euch beide immer im ICL drin. Ja, wir fahren jetzt, da ein Auto kaufen, da ein Auto kaufen. Ich hab seine Dinger gesehen in Dubai, Digga, wie er da ballert am Dubai, gibt ihn in der Karre. Leben, Mutti, Mutti, Mutti. Wai, 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 ey, ey, ja. Aber er sagt, das Leben war nicht so schön wie in den Videos, ja? Er sagt, war hart, oder? Also, er hat schon hart gekämpft, Digga. Ich hab seine Geschichte hier mit aufgenommen. Ja, war schon hart. Das ist nicht wie Silajolo da im Hotel liegen im Milch, sondern da Eier schaukeln, Digga. Willkommen. So, liebe Freunde, ich hab scheinbar mal bestellt, die kommen heute, oder morgen. Was ist das für eine, Mann? Ich krieg so schwarze, runde, schwarze, GT-Scheinwerfer krieg ich, ne? Welche sind das? Keine Ahnung, krieg ich geschenkt, Digga. Geschenk, ein Gaul guck mal nicht ins Maul, Digga, ja. Wallah, oder nicht? Bist geschenkt, dann frag ich doch nicht, welche das sind. Ja, das ist echt, Bruder. Mal gucken. Aber komm, 90er Jahre Golf, kommen die alten Erinnerungen bei dir auch hoch? Ohne Ende. Fühlst du? Ich hab dir gerade gezeigt, ich hab auf 14 Jahren die Tobi-Tobi-Tobi-Main. Wallah, vorher Golf 3 hätte ich noch nicht mehr auf dem Plan, aber ich feier das Ding. Du kannst so viel mit so wenig Geld aus der Karre rausholen, was du heutzutage aus keinem Auto rausholen kannst. Keine Chance. Brutzal. Jungs Aure ist auch tiefer gelegt. Ja, da muss er auch mal runter. Aber so, wir fangen mal nach hinten. Richtig Influencer-Treffen. Einer nacheinander hier. Und die haben sich wieder getroffen. Ja, es sieht doch geil aus, oder nicht? Also überleg mal, wir sind alle drei Autos, sind wir zusammen losgefahren. Aber keiner der Autos ist gewaschen, oder? Wundschuldiger, unglaublich, oder? Wirklich, also was hier ist schon brutal geworden. Aber der 7er, auch tiefer gelegt, ein ganz anderes Auto, Salo. Ganz anderes Auto. Also wirklich, guck dir das mal an, als ob das neues Auto da ist, oder? Richtig hübsch geworden. Du hast bei dir ja auch Gewinne für mich reingemacht, ne? Die Silla-Julos, mal wieder hier alle auf einen Fleck. Ja, ja. Sie müssen das schon aufmachen. Die sind schon unten, ja. Old Stream. Ja, bei mir geht das so. Kamera anmachen. Hallo, Bruder. Ja. Vielen Dank für den Besuch. Ich danke, nein, nein, nein. Sehr gerne. Leider mit dem Ausdruck, aber es wird zu spät, oder sowas. Aber sonst, eigentlich hat es gut geflogen. Macht dir keine Sorgen, ich habe einen sehr guten, bekannten Freund, Ausspruchsbauer. Der wollte eh die Endrohre machen, das war eh mein Plan. Ich finde, die sehen blöd aus. Ich stelle die Karre da ab, und der macht das fertig. Die sind ja so, die Endrohre. Macht dir keinen Kopf, ich bin gefahren gerade. Ich mach mir keinen Kopf. Ja, du denkst da ein schönes Bett, nochmal. Aber, wie gesagt, die Fälligung hat die Karre noch mal 180 Grad gewendet. 180 Grad, das Auto ist sofort, bam, geworden. Ich habe dir gesagt, Mehmet, du bist noch nicht so zufrieden mit der Karre, aber wenn ich fertig bin mit meiner Vision, dann, ich glaube, dann wird sie dir auch gefallen. Genau, also war wieder ein toller Rot-Trip, wir gucken mal, dass wir den irgendwann wiederholen. Wir sehen uns vielleicht hoffentlich in der Nordic und, ja, bonjour, Digi. Was hast du gesagt zu der Geschichte? Mega. Mega. Ey, ihr könnt wirklich auch stolz sein. Und wir sind drei verschiedene Charaktere. Wir sind drei verschiedene Charaktere. Die beiden haben dich, glaube ich, einmal irgendwo gesehen. Ja, und ihr beide euch auch. Salo und ich telefonieren irgendwie seit gefühlt zwei Jahren. Weißt du, wir haben uns nie getroffen. Nee, wir haben uns davor einmal bei Dings gesehen, letztes Jahr Nordic, kurz einen Smalltalk gemacht. Und dann haben wir einmal fünf Minuten auf Essen-Motorshow gesehen. Dann haben wir uns Essen-Motorshow die Hand gegeben, ein Mann, ein Wort. Mala, er hat zu mir gesagt, mitten so, Mehmet, los, ein Mann, ein Wort, fahren wir in die Türkei. Ich denke, ach, der labert dann nur, ja, komm. Ich habe ihn voll vergessen, wirklich. Ich denke, Türkei, W140 lackieren. Ja, Leon, lass hinfahren. Ich mache Video rein. Ja, ich fahre mit Leon. Salo so, Digi, du hast doch was versprochen. Ja, Alter, Salo, Mann. Ich dachte, er hat das erst. Er sagt, Digi, ich habe das versprochen. Ich halte mein Wort. Ich fahre. Ich sage, tamam, Digga, ein Mann, ein Wort. Wir machen das, ne? War wirklich toll, ne? Vielen Dank, dass ihr zu viel schauen habt. Abonnieren, Like nicht vergessen. Wir sehen uns auf jeden Fall demnächst wieder alle zusammen. Kostenlos, oder? Genau. Kostenlos, immer noch kostenlos. Kostet gar nichts. Kostet gar nichts. Und ihr wisst es, ein Punkt, ein Kommentar, ein Like, das hilft unserem Kanal wirklich gut. Für den Algorithmus. Einmal jetzt hier pushen, einmal Gas geben jetzt hier. Vielen Dank. Küsst eure Herzen, dranbleiben. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, super. Ja. Wir fahren zum Polo, fahren wir, Basel, Ayolo, ein Türk, ein Deutsch, ein Grieche, Istanbul, Ankara und Amersine. Roadtrip durch sechs Länderreisen, Essen zu günstigen Preisen. Wir fahren mit dem Wagen viel zu schnell, wenn wir auch da auch ein Job güzel. Neue Felgen sind voll der Shit, also mach mal besser Platz, sick the gift. Main-Name wird zum Ritual, Lackierung besser als Original. Der Umbau der Anlage radikal, Sprache der Autos, international. Breite Felgen und ein blauer Golf, Streifen durch die Berge wie ein Wolf. Eintreffen aus gleichen Interessen, den Roadtrip wird man nicht vergessen. Einer weg, Einsparung des Gewichts, die blaue Lackierung kostet einfach nichts. Essen in der Türkei war sehr lecker, Leon der Ndecker und Salo der Tschecher. Fahrt über die Autobahn, ist einfach frei, setz dich hin und trink Adam, Jibim, Jibim, Jibim. In Chima, Benz und Polo fahren wir, Basel, Ayolo, ein Türker, ein Deutsch, ein Grieche, Istanbul, Ankara und Amersine. Roadtrip durch sechs Länderreisen, Essen zu günstigen Preisen. Wir fahren mit dem Wagen viel zu schnell, wenn wir auch da auch ein Job machen. Neue Felgen sind voll der Shit, also mach mal besser Platz, zick dir geht. Benzallackieren und Felgen machen, wie er vorher aussagt, kann man drüber lachen. Mehmet sagt, oh no, man entspann, levelt der türkische Allmann. Es klasse wird in grün lackiert, Mehmet fragt, kostenlos abonniert. Hitten Salo, der Grieche aus der Society, lässt sich alle schmecken. Bring Ayoli. Salo macht den 7er Lila, in Türker kein Raki, sondern Tequila. Mehmet macht das schon seit Jahren, 4000 Kilometer hin und zurückfahren. Ab jetzt jedes Jahr Sailor Yolo, alle fragen sich, wo ist der Baulau? Bima, Benz und Polo, fahren wir über Sailor Yolo? Ein Türker, ein Deutsch, ein Grieche, Istanbul, Ankara und Amersine. Roadtrip durch sechs Länderreisen, Essen zu günstigen Preisen. Wir fahren mit dem Wagen viel zu schnell, wenn wir auch da auch ein Job glüßell. Neue Felgen sind voll der Shit, also mach mal besser Platz, zick dir geht. Geist. 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 Vielen Dank.